Naja, jetzt ist es soweit, oder? Die Impfpflicht steht vor der Tür. Und was ist hinter der Tür? Ein Nockerbatzl. Der Kaiser ist nämlich nackt. Er weiß es aber vielleicht noch nicht. Darum sollte man es ihm vielleicht ganz einfach sagen. 22.01. Graz, große Demo gegen die Impfpflicht, Treffpunkt 13 Uhr, Hauptbahnhof. Und dann wird runtergewandert zum Carmelita-Plotz und dort kann man es dann kundtun. Ganz laut und deutlich. Der Kaiser ist nackt. Viel Spaß dabei. Gehabt euch wohl.